Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist niemals, es regnet! Das ist alles sehr gut! Wird das jetzt am Augenhinde? Ja! Leider! Ich habe die Alex draufgeholt, eigentlich wollte ich den Sand auch mitnehmen, aber der ist nicht gut! Ich habe das nicht so gut gemacht! Ich habe das nicht so gut gemacht! Ich habe das nicht so gut gemacht! Es ist kein Eingelfer! Nein, in meinem Schamplatt schon! Aber dann bist du immer noch eine Wanderung! Den Deo kennst du schon noch! Sie glaubt, sie kann mich mit ihrer Schokolade auch irgendwie manipulieren! Das ist der Stephansplatz am 19. Februar 2000! Aus der Serie Wien Demo 2000! Stefan, Stefansplatz! Und Marianne! Wovon? Erheber! Nicht bei irgendeinem billig Lied! Bei den teuersten! Überall findest du Lieder und Lila! Du kennst sie nicht aus! Ich habe sie nackt gesehen, dass wir hier heißen ohne Kopfduch! Ja, und so kann sie mal noch haben! So, ich sehe alles vor Ort! Wir werden schon... Ah, Kohle jetzt langsam wird! Langsam! Schau! 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 Auf das haben wir gewartet! Das ist zufrieden! Minder was du, das ist köstlich! Ja! 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 Ja, ich finde es ungerecht, immer der Gesellschaftsjournalist, weil kaum bin ich Gesellschaftsjournalistin geworden, rollen sie einem die roten Teile hier auf und begrüßen einen und umarmen einen, was nicht okay ist, weil du natürlich, wenn du Geschichten schreibst, und ich schreibe Gott sei Dank auch andere, so längere Geschichten, das ist ja im Grunde viel substanzieller, viel tiefer, viel mehr Arbeit. Ach, das ist mein Frühstück, mein Mittagessen, mein Abendessen. Also, zum Wohl. Na, alle, alle gehängenden Kiempfotos kannst du das rausschneiden und streiten.